Unser Experte ist bereits auf der Suche nach dem nächsten Kämpfer. Der letzte, dülligste Gegner für den Hauptmann ist der Sumo-Ringer. Der Sumo-Ringer ist ein gefährlicher Kämpfer, weil durch seine Masse viele Kampftechniken nicht wirken. Der Sumo-Ringer kommt aus Japan und Sumo ist dort die Abkürzung für Super-Modell-Hinny. Für den Sumo-Ringer sind all you can eat buffets die größte Herausforderung im Alltag. Um mal auf. Ein Zuseher behauptet. Dass der Sumoringer ein schwerer Gegner ist. Ein Zuseher behauptet. 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 Es gibt Aufzeichnungen darüber, dass der Hauptmann den nächsten Kampf verliert. Ein Zuseher behauptet. 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 Ein Zuseher behauptet.